Ach, wir haben uns kurz den Boxkampf Bösemann Manuelsen angesehen und jetzt auf einem ähnlichen Niveau Carsten Stahl. Dieser Mann. Hier schreibt niemand, Manuelsen hat KFC statt. Oh Gott, komm Leute, lasst es. Was müssen wir noch alles ertragen? Carsten Stahl, wir bezahlen ihren Luxus. Oh Gott, jetzt fängt das schon wieder an. Er wird wieder auf Annalena Baerbock. Oh nee. Na gut, mal gucken, was da wieder von Mist kommt. Diese Dinge, die wir bezahlen, die Deutschland... Ist das denn? Ja gut, ich hab den Link richtig drin. So. ... als Wirtschaftsnation kaputt machen, egal was es kostet, denn ihr bezahlt es ja nicht. Ob wir es hinnehmen und akzeptieren. Wie sollen Menschen 200 oder mehr Euro im Monat bezahlen? Hallo, ich bin's Carsten Stahl, ein Bürger und Vater in unserem Land. Der Kübel, er steht bereit. Carsten Stahl ist Kotzkübel. Guckt mal, ich hab mir die Haare machen lassen. Ja? Ich hab leider nicht wie Frau Baerbock einen... Schon wieder. Er spricht absichtlich den Namen von Annalena Baerbock falsch aus. Und das zeigt wieder, dass Carsten Stahl schon am Anfang seines Videos kapituliert. Zum Beispiel, schönes Beispiel. Ich hab viele Videos gegen Ahmad gemacht. Aber ich respektiere dennoch seinen Namen und seine Person. Ich habe nicht wie viele andere, wie zum Beispiel ein Stay, diese respektlose Ad hominem Variante vertreten, wo ich ihn Ahmad oder sowas nenne. Nein, er heißt Ahmad. Und genauso heißt die Dame Annalena Baerbock. Ist halt erbärmlich. Und 137.000 Euro dafür zu verbraten, dass mir jemand schick macht. 1,3 Millionen Euro für eine Frisuren-App. All solche Dinge. Ich kenne den Hintergrund jetzt nicht. Was ist das denn? Mal ganz kurz. Forschungsministerium. Ja, es kann ja sein, dass es App-Projekte gibt. Ich kann die das nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass Bettina Stark-Watzinger eine sehr, sehr gute Ministerin ist. Ich kenne sie auch persönlich. All solche Dinge macht unsere Bundesregierung. War davon abgesehen, die Potenzverlängerung von Herrn Scholz. Ein Kanzlerschloss für über acht Tonnen. Nein. Das ist auch, also ich mag ja von Olaf Scholz nicht viel halten, wegen seiner Vergesslichkeit und Warburg Bank und so weiter. Aber das Projekt ist ja nicht von ihm. Das ist ja von Angela Merkel. Er ist doch jetzt erst seit unter zwei Jahren Bundeskanzler. Was kann er denn dafür, für dieses Projekt, was jetzt übrigens gestoppt worden ist, auch durch Christian Lindner. Das ist, also, das ist einfach Unsinn, was er da erzählt. Das ist ein altes Projekt der alten Regierung. Seine CDU und sein Kollege, seine Werteunion, waren noch daran beteiligt. 100 Millionen, all diese Dinge, die wir bezahlen. Ich meine, abgesehen, dass die sehr viel Geld bekommen, warum kann sie sich nicht ihre Friseuren, genau wie ihr und ich, selber bezahlen? Nein. Was? Bitte jetzt, bitte jetzt nicht diesen Quatsch, dass Annalena Baerbock als Bundesaußenministerin natürlich eine Visagistin dabei hat. Wenn die im Regierungsflieger für zwölf Stunden sitzt, kann sie nicht, weiß ich nicht, in Taipei oder irgendwo zu irgendeinem Friseur gehen. Die hat ihre Leute dabei. Das ist auch richtig so, dass die Leute ordentlich aussehen. Das ist als sexistische Kackscheiße, was da von sich gegeben wird. Da greifen sie noch richtig ab und wir bezahlen deren Luxus. Das ist kein Luxus, das ist Arbeit. Wie Hass zerfressen dieses Gesicht ist. Nur Hass. Hass und Fake News. Und er wäre doch der Erste, der sich darüber lustig macht, wenn Annalena Baerbock, weiß ich nicht, eine schlechte Frisur hat oder schlecht geschminkt ist. Da würde er doch rumkrakieren. Was ist denn das für eine Außenministerin? Die wollen uns sagen, wir sollen sparen. Gleichzeitig schneiden sie nicht den Gürtel enger, sondern leben aus den Vollen. Verprassen unser Geld. Das kann verprassen. Und wenn jemand zu einem Staatsbankett einlädt, einen Staatsempfang für andere Staatsgäste, warum soll man das denn privat bezahlen? Das ist doch dienstliches Essen. Auch jeder Selbstständige setzt doch Geschäftsessen ab. Ja und Carsten Stahl, stimmt, wenn der bei Bild-TV ist, geht er doch auch in die Maske. Oder zahlt er das privat? Das bezahlen wir ja auch, wenn wir die Bild-Zeitung kaufen, wird es ja umgelegt. Und was ist, wenn ein Bundeskanzler, ja, schönes Beispiel, A8 oder S-Klasse fährt, die gepanzert ist, er kann doch nicht mit einem Lupo vorfahren. Dann holt der auch rum. Das ist einfach so lächerlich. Das, was ihr für richtig haltet, ist das das, für was sie antreten? Vertreten die uns oder vertreten sie bloß sich selbst, ihre Macht, ihre Geldgier? Das sind alles Dinge, die mich aufschreien lassen. Das Lachsenshaus und Grundchef rechnet vor. Bis zu 200 Euro mehr Miete. Ja, aber das ist doch gar nicht umgesetzt und die FDP hat reingekrätscht, da gibt es nur Entwürfe. Natürlich ist es Quatsch, was da von den Grünen kommt. Aber das ist ja nicht beschlossen, da ist ja die FDP ja noch dabei und blockiert. Wegen Habecks Heizwende. All das, was Herr Habeck in die Grünen möchte, muss ja irgendwie bezahlt werden. Und das wird dann natürlich auf die Miete umgeschlagen, wenn Vermieter alles verändern müssen, wenn bestimmte Heizungen nicht mehr benutzt werden dürfen und wenn Umbaumaßnahmen stattfinden müssen. Das muss alles jemand bezahlen. Das wird auf die Miete umgeschlagen. Und jetzt sagen Sie mir mal, Herr Habeck und ihr, die Grünen, die hier von uns die Kohle bekommt, wie sollen Menschen 200 oder mehr Euro im Monat bezahlen? Dazu noch mehr für Gas, Öl, Heizung. Ja, das ist ja bekannt. Das ist ja bekannt, dass da Habeck keinen Bezug zur Realität hat. Ja, er hat ja auch gesagt, Firmen gehen ja nicht pleite oder insolvent, die haben nur kein Geld. Ja, das ist bekannt. Aber das ist ja nicht beschlossen. Da kretscht die FDP ganz massiv dazwischen, weil sie ja weiß, dass das für Normalbürger nicht zu stemmen ist, wie es umgelegt wird. Aber das kannst du halt vielen Grünen, mal ehrlich, nicht so vermitteln. Weil ja, auch die Grünen, das klassische Wählerklientel der Grünen ist ja überdurchschnittlich wohlhabend, ist ja auch so weit reicher als der durchschnittliche FDP-Wähler. Ja, die fahren mit einem Porsche Cayenne S zum Wertstoffhof, um es mal so ein bisschen plump auszudrücken. Aber dafür gibt es ja eine Koalition und da gibt es den Koalitionsausschuss und dann wird das halt beraten und das kommt halt nicht durch. Ja, man darf mal die Grünen nicht wählen. Aber jetzt rumbrüllen und auf die Person gehen, ad hominem, wegen Frisuren, das ist halt unangemessen. Sachliche Kritik, vollkommen richtig, hat ja auch die FDP in der Koalition gebracht. Aber niemand kommt doch auf die Idee, zum Beispiel auf das Körpergewicht von Frau Lang zu gehen oder die Frisur von Alina Baerbock oder irgendwas anderes Persönliches, das ist doch schon von nur Schmutz. Das ist Hetze. Für die Lebensmittel. Alles kostet mehr Geld, nur mehr bekommen die nicht. Ihr gleicht eure Diäten an, ihr bekommt jede der mehr. Nein, das stimmt auch nicht. Stimmt auch nicht. Der Bundestag gleicht nicht seine Diäten an, die es automatisiert. Das ist gekoppelt an Bundesrichter und es gab mehrere Nullrunden und de facto gab es Minus. De facto, wenn man Inflation einrechnet, sind die Einkommen der Abgeordneten gesunken, weil man die Erhöhung nicht mitgemacht hat, die automatisiert läuft. Das ist halt, er lügt halt. Carsten Stahl lügt in dem Kontext. Macht er, ist halt Hetze. Erhebt euch eure Diäten. Wir müssen das alles bezahlen. Und ganz besonders die alten Menschen, die nicht noch einen Nebenjob machen können. What about Tissen. Und was sollen wir doch eigentlich alle tun, um euren Schwachsinn und eure Ideologie zu bezahlen? Was verlangt ihr uns noch? Er wollte doch selbst Abgeordneter werden. Und jetzt ist er sauer, weil es nicht geworden ist. Carsten Stahl wollte unbedingt Landtagsabgeordneter in Berlin werden. Ja, er wurde halt nicht gewählt. Was müssen wir noch alles tun? Ich persönlich sage, es reicht. Es reicht. Schauen wir doch mal. Ähm. Was hätte denn Carsten Stahl bekommen? Abgeordnete Entschädigung. Schauen wir doch mal Berlin. Carsten Stahl hätte eine Grundentschädigung bekommen von 6.250 Euro. Ist richtig schön erhöht worden. Richtig satt. So, ich weiß nicht, was es noch für sonstige Bezüge dazu gibt. Aber hier kommen noch weitere Bezüge. 6.657 Euro. Jetzt schauen wir noch mal nach den weiteren Bezügen, die Carsten Stahl gerne bekommen hätte, aber er ja nicht gewählt worden ist. Oh ja, genau. Carsten Stahl, er wollte ja dort den Posten, hätte 6.657 Euro bekommen, Diät. Die muss er versteuern. Und er hätte eine steuerfreie Kostenpauschale von 2.779 Euro. Also ich mache jetzt mal Pi mal Daumen, wie viel Netto er bekommen hätte. So, sagen wir mal von den 6.600 bleiben ihm 4.000. Machen wir einen starken Abzug. Plus den 2.800 in etwa. Er hätte 6.800 netto, netto bekommen. Da hätte er sich nicht drüber beschwert. Und er hätte nochmal 6.930 Euro bekommen, um Mitarbeiter anzustellen. Warum erwähnt das Carsten Stahl nicht, dass er diese fast 7.000 Euro netto gerne gehabt hätte? Also sollte ich in die prämische Bürgerschaft gewählt werden, habe ich nicht mal die Hälfte davon. Weniger als die Hälfte davon. Denn wie hat hier eine Bündnis 90 die Grünen-Politikerin Frau Birgitte Potma gesagt? Deutlich ausgesprochen? Hören wir doch mal hin. Wie sie die Wahrheit spricht? Unbewusst natürlich. Aber wirtschaftspolitischer Sachverstand gehörte ja noch nie zu den Kernkompetenzen der Grünen. Wirtschaftspolitischer Sachverstand gehörte ja noch nie zu den... Oh, so ein Versprecher. Natürlich ist es witzig. Aber das ist doch jetzt kein Argument. Oh Gott, ist das peinlich. Kernkompetenzen der Grünen. Ja, Frau Potma, da haben Sie vollkommen recht. Oh, hat sie sich wohl etwas versprochen? Das ganze Haus hat gelacht und geklatscht. Und genau das ist es. Ihr habt von Wirtschaft keine Ahnung. Das Einzige, was ihr habt, sind... Ja, aber Carsten Stahl hat Ahnung von Wirtschaft. Ja, Carsten Stahl hat keine Ahnung von Politik. Schwindelt da gerne, verdreht die Tatsachen. Und behauptet jetzt, er hat Ahnung... Ich glaube, Carsten Stahl hat genauso viel Ahnung von Wirtschaft wie die Grünen. ...ideologische, fanatische Interessen. Und die wollt ihr auf Teufel komm raus umsetzen. Egal, was es kostet. Denn ihr bezahlt es ja nicht. Ihr steckt euch doch die Taschen voll. Lasst euch von uns... Was sagt derjenige, der fast 7000 Euro netto haben wollte als Abgeordneter in Berlin? Frisuren bezahlen. Lasst uns die Fotografen bezahlen. Lasst euch alles bezahlen. Ja, natürlich... Also... Die Bundesregierung hat Fotografen, weil es Politik ist und es wird auch übertragen bei Phoenix mit Kameras des Bundestages. Und... Was redet der denn da? Ihr seht hier dieses hasserfressende Gesicht. Wo wir euch schon so viel Kohle in den Hals schmeißen für nichts. Ihr macht nichts, außer diese Wirtschaft kaputt machen, die Menschen in die Armut treiben und... Oh, was? Es gibt im Bundestag eine Kantine, das zahlen wir. Übrigens zahlt man dort in der Kartine des Bundestages. Man kriegt sehr schlechtes Essen für teures Geld. Uns vor der ganzen Welt lächerlich machen. Alle bauen sie neue Atomkraftwerke. Und wir schaffen sie ab. Wie hat er jetzt den Bogen zur Kernenergie ge... Ohne eine Alternative zu haben. Für mich ist das Wahnsinn. Und Herr Scholz macht dabei auch noch mit. Ich meine, gut. Was er heute sagt, hat er morgen schon wieder vergessen. Ja, diese Regierung geht als Lachnummer in die Geschichte ein. Und als die Regierung, die Deutschland als Wirtschaftsnation kaputt macht. Er sollte sich wirklich auf das Thema Diskriminierung von Frauen und Kindern beschränken. Selbst da ist er ja nicht kompetent. Selbst da wird ja vor ihm gewarnt. Das ist ja nur Selbstdarstellung. Da seid ihr auf dem besten Wege. Die Frage ist, ob wir es hinnehmen und akzeptieren. Oder ob wir es hinnehmen und akzeptieren. Oder ob wir es mal aufmachen und sagen, es reicht. Ist das wieder maximal unangenehmer. Er hat wieder keine Inhalte gebracht. Er hat wieder nur den gleichen Scheiß für seine Schreibubble. Da sieht man wieder, darunter kommentiert. Ich zeige es gar nicht. Oder doch, ich zeige es. Es ist einfach so unangenehm. Gut, dass du dran bleibst, Carsten. Weiter so. Kann man eigentlich solche Minister nicht abwählen. Wie Bürgermeister. Schwachsinn. Schande. Das deutsche Volk pennt lieber weiter. Schlafschafe. Was soll der machen? Boah, französische Volk. Leute anzünden. Gewalt. Ist das unangenehm. Danke für Ihre Arbeit, Herr Stahl. Welche Arbeit denn? Hier werden Menschen als Ungeziefer bezeichnet. Wenn man Ungeziefer im Haus und ein Kunststück hat, bekommt man das Ungeziefer nicht durch Reden beseitigt. Ja, das ist Nazisprech. Damals wurden Juden auch als Ungeziefer bezeichnet. Und es liken auch noch 44 Leute. Eigentlich müssen es 88 Leute liken. Wenn Politiker noch Leistung bezahlen, müssen sie noch Geld bringen. Grübel, Grübel. Das ist doch nur primitiver Schmutz hier drunter. Richtiges AfD-Gesocks. Ekelhaft. Ja, wirklich teils Nazi-Sprech. Eure Meinung. Schreibt es drunter. Bleibt anständig. Beleidigt auch nicht Carsten. Das ist einfach nur. Auf das Niveau begeben wir uns nicht. Wir bleiben seriös. Deswegen Like dalassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und zu Twitch rüberkommen. Ich glaube, es geht um.